Ja, wie schaut der perfekte Steckbrief aus für dich als Networker? Steckbrief kennst du sicher, wenn du das Facebook-Profil vor dir hast, hast du ja dein Profilbild und unterhalb dann so einen Slogan und dann so aufgelistet, wo du gearbeitet hast und etc. Zum perfekten Steckbrief ist eines wichtig, je länger dieser Steckbrief, desto mehr Vertrauen. Möchte ich nochmal erinnern, Sympathie, Vertrauen, Mehrwert, das ist wichtig für dein Facebook-Profil, nicht nur im Network Marketing, aber ganz speziell. Das bedeutet auch, dass du hier die Arbeitsstellen, in denen du gearbeitet hast, aufführst, dass du hier anführst, dass du hier die Wohnorte, in denen du gelebt hast und lebst, anführst. Dann auch noch wichtig, gerade als Frau, dass du anführst, dass du in einer Beziehung bist, du weißt warum. Wichtig ist auch eben, dass man erkennt, wer bist du. Überhalb von dieser Auflistung kann man ja so einen Slogan reingeben und da kannst du einfach ein paar Dinge reingeben. Wichtig, bitte nicht, ich bin Network Marketer, ich bin Lifestyle Coach, ich bin passiver Einkommensmillionär und diese Sachen. Es ist alles abgedroschen, es wird dir im Network Marketing definitiv nicht helfen. Das könntest du nur machen, wenn du schon eine große Upline hast, eine große Downline, ein großes Team, aber dann brauchst du wahrscheinlich diesen Kurs jetzt nicht. Also hier wirklich alles anführen. Unterhalb von einem Steckbrief ist ein Bild, das nennt sich Favoritenbild. Das wird sehr, sehr oft nicht genutzt. Wenn du es nicht nutzt, dann zeigt Facebook dir irgendwelche Bilder. Aber das kannst du perfekt nutzen. Bitte hier keinen Call to Action zu, also eine Handlungsaufforderung zu deinem Business oder zu deinen Produkten. Entweder zeigst du dich hier persönlich mit einem tollen Bild, wo du sagst, das möchte ich gerne herzeigen, oder du verweist auf deine Facebook-Gruppe. Ich arbeite ja sehr erfolgreich mit Facebook-Gruppen, aber soviel dann später. Und, bro, ich habe es wirklich vergessen. Sorry, 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 du siehst, es ist fast live. Soviel zum Steckbrief. Bei den Emojis, du kannst auch Emojis reingeben in den Steckbrief. Dann machst du das ganz einfach. Es ist so, in den Steckbrief direkt kannst du keine Emojis reingeben. Du musst dir ein bisschen helfen. Du machst ein neues Posting, also wie wenn du ein neues Posting machst. Suchst dir die Emojis, du weißt ja, wie das geht. Und kopierst diese Emojis in den Steckbrief. Und dann hast du auch die Emojis drinnen. Es macht das Ganze ein bisschen, es lockert das Ganze ein bisschen auf. Also wichtig ist hier die Ausfülligkeit, die Länge. Und dass du auch schaust, dass du in allen Registerkarten, in der Informationsregisterkarte, in allen, die du befüllen kannst, dort was ausfüllst, weil das eben eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Okay? Also.